Wäre ich ein Prophet Wäre ich ein Prophet, würde ich Gott vielleicht so sprechen lassen. So spricht Gott. Wer sich ans Nichte geklebt, wird vernichtigt. Wer sich dem Wichtigen anheftet, wird verwichtigt. Wer sich dem Wahren verhaftet, wird in Wahrhaft verwahrt. Doch nicht mehr in Haft, nichtig, wichtig, verwahrt sollst du leben, sondern ohne Gewehr, gewahrend bewahren. Dieses Gedicht stammt aus meinem Buch Lasse los, er lauscht es. Gedichte, Lieder, Wortbilder. Es ist 2022 bei Bot Book on Demand erschienen. Leseproben findet man im Internet bei Bot Book on Demand, Thalia und ausführlicher noch bei Google Books. Außerdem präsentiere ich auf diesem Kanal einen Gottestraum unter dem Titel Als ich das bessere Leben suchte, da träumte mir von Gott. Ein musikalisch umrahmter Kerntraumbericht.